Ja, aber wir haben jetzt keine Rückblicke, oder was? Wir haben den Weekly, und wir haben keinen Schnelldurchlauf. Weekly? Aber, ja, das ist doch gut. Ja, also das ist gut. Das Weekly haben wir, aber ich kann mal hier draufgehen. Ja, dann lass doch mal schauen, was letzte Woche passiert ist. Alles Gute zum Geburtstag. Bonny, Chef Bonny, bei Herz. Alles Gute zum Geburtstag, ne? Ja, danke, ja. Happy People. Aber das Krasse ist, ich habe so viele Stimmen rausgehört. Ich habe Franzi gehört, Maurice, Yannick, Keklark, Patti. Keklark hast du rausgehört? Ja, habe ich rausgehört. Oh, okay, okay, okay. Das war's, mehr habe ich nicht rausgehört. Aber die habe ich rausgehört. Ja, ja, ja. Shorty? Oh, Shorty auch. Ja, 50 Geburtstag. Ich fange das Game, du. Das war's, mehr, Linger. Ah, Party ist auch dabei gewesen. Habe ich auch gerade gesagt. Achso, ich dachte, du mein's Blush Party ist. Nein, nein. Dankeschön. Okay, warte. Bleibt jetzt hier schnell. Hau ihn, einfach drumherum. Hau ihn, einfach drumherum. Geh, du einfach drumherum. Alter, Leon. Leon, ich habe gesagt, wir hauen ihn. Nee, wir können einfach drumherum gehen. Warum? Warum? Warum ist raus? Nee, warum hauen? Warum machen? Nee, Alter, das ist dein Ding. Du hättest einfach drumherum gehen können. Aber du hättest einfach schlagen drücken können, der wäre one hit. Was ist der Auto jetzt auf Wind gehen können? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. 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 Nein, nein, nein. Neil ist echt. Komm. Okay, okay. Ich renne. Ja, oh Gott. Diese Asik! Alter. Ey. 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 Lass mal zu dem gehen, ein bisschen gucken, guck mal bei uns anstreiten, wenn wir rüber gehen. Tabu dazu! Oh, da kommt noch eine. Lass mal nur die hier? Ja, alter, geile Stelle hier. Vielleicht ins Regelwerk, nächstes Mal mal übern... also so eine ganze Fußnote oder so. Oh shit, warte mal ganz kurz, ganz kurz! Nee, aber dass man halt zum Beispiel sagt, ohne schießen. Aber das wäre doch mal was Neues bei dem Format, dass man ohne... Ja, das ist so... Ja, das ist so... Ja, das ist so... Okay, bei den Reverse... 1, 2, 3, komm! Was ist hier los? Das ist Reverse Ronaldo! Oh! Warte! Oh mein Gott! Die Leute sind alle korrekt. Alle am ausrasten, alle entspannt, oder nicht? Alle entspannt. Der hinter dir, der mockt einen. Außer Maxim, ja. Das ist ein großer Wichser. Mit dem habe ich mich gestern noch geschlagen. Als der Stream aus war, sind einfach direkt raus, haben uns erstmal volle Wumme geschlagen. Wir haben ihn so verdroschen und er hätte mir voll in die Eier getreten. Aber... Das kriegt er heute Abend wieder zurück. Alter! Jesus Christ! Das muss schon krass sein, wenn du morgens aufwachst und du siehst das. Und dann greifst du neben dich auf den Nachttisch und du nimmst dir ein... Cerveza Cristal! Wie viel hast du bekommen? Noch gar nix. Hat sich nicht gelohnt. Aber ja, ich bin im Hotel und... Ich bin im Hotel. Wow! Ja, habt ihr es gehört? Bist du mit drauf? So, na gut. Ja, ich bin im Hotel. Warum? Wieso fragst du das? Gehst du danach noch ins Hotel? Also, du bist ja im Hotel, ne? Okay. Ja. Bist auch im Hotel. Nicht? Wo bist du denn? Willst du im Hotel? Zum Abend? Das war ja auch letzte Woche. Ja. Yes! Got it! Was hast du da versucht zu machen? Das war das Meme mit Donny auf... Was ich auf Twitter geteilt habe. Das Aliens-Meme. Ah! Und wir hatten keine Hände, die so machen. Ah, ich verstehe. Da habe ich meine genommen, die so machen. Und habe die reingephotoshoppt. Geil. Aliens. So, jetzt. Schöner Zusammenschnitt. Danke, Andi. Die...